Auch hinter der Wand. Kommt vor mir lang. Und eins. Drei. Drei. Schießt nur auf die Wand. Scheiße. Kommt wieder hoch. Au! Ah. Da. Ah! Da kommt wieder hoch. Schießt. Wie soll ich das denn machen? Au! Aua! Werfen wir auf die Verdammte Feuerwelle? Hopp! Hopp! Ich... Ah! Ich versuche gerade... Ah! Scheiße, scheiße. Die Krise als Deckung von anderen. Zurück. Gut, 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 gut. So, und den müsste ich ja jetzt einfach kaputschen. Ja, den kann ich jetzt natürlich nicht. Gefahr gebannt. Ja, das geht über den Fußboden. Das ist mir da eher halt. Von dem ist der kann ich ausweichen. Ja, komm. Gut. So, das sammeln wir ein, bevor es weg ist. Weil was weg ist, ist weg. Okay. So, aber da drüben sieht es so verdächtig aus. Ich gehe erst mal hier unten lang. Nein. Ist nur ein Sofa. Okay. Hier war auch nichts. Ich würde ja unter das Bett kriechen, aber... Nee, funktioniert nicht so ganz. Wobei ich mich noch nie unter das Bett verkrochen habe. Ich war da nie irgendwie... Eine Möglichkeit bestand, aber trotzdem. Man sieht so viele Filme, wo sich Kinder unterm Bett verstecken. Ich habe, wenn dann etwas unterm Bett versteckt. Alles, was ich zu faul war, aufzuräumen. Okay. Wieder ein weinendes Kind. Die ganzen Puppenteile überall. Oha, das ist irgendein Spiel. Ah, okay. Oh Gott. Äh, ich tue so, als wäre ich bereit. Hoch, zur Seite, zur Seite. Runter, zur Seite hoch. Zur Seite. So. Das funktioniert. Eins. So. Jetzt habe ich auch... Nachdem ich das beherzige, dass ich warten muss, funktioniert es ganz gut. Weil ich will immer schon so als nächstes, aber das funktioniert so nicht. Keine Musik sollte diese Untat verharmlosen. Ja. Man merkt, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen soll. So, wir gucken hier. Eine Erinnerung? Nö, anscheinend nicht. Ah, doch, hier ist noch ein Schlüsselloch. Dann gehen wir da doch mal rein. Und hoffentlich ist da eine Erinnerung. Ich habe die einfach lieber, als die Flaschen. Ja. Kinder neu erschaffen. Sie aufbauen. Sie zerstören. Sie umgestalten. Sie neues lehren. Altes vergessen lassen. Ich gestalte dich gleich mal um. Mit Freuden. Kinder sollte man nicht umgestalten. Vor allem nicht aus einem knackten Grund. Wie, dass sie, ups, den Anforderungen nicht entsprechen. Weil jedes Kind ist wertvoll. Natürlich braucht man eine gewisse Erziehung. Aber, äh, ne? Ja, ich mag das Thema nicht so ganz. Ist da nicht das kleine Kind? Geh gleich hin. Ich habe sie nicht gesehen. Ist das die Anführerin von den kleinen Kindern? Aber die lag doch da tot, oder nicht? Oder war das die, die im, die im, die im, die bei den Laternen zu uns gekrochen ist? Ich weiß es nicht. Also, die da tot lag, meint ich. Der Infernale Zug. Die Kinder haben offensichtlich... Der letzte Radula-Raum! Ja! Der letzte Radula-Raum! Jippie! Ich habe alle Radula-Räume! Jäh! Gott sei Dank! Zerlege das Puppenmädchenschraube für Schrauben. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ups. Okay, ich sollte mitschwingen. Und... Oh, kann ich nicht hüpfen? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, jetzt habe ich nicht genug Schwung. Okay, also ich muss Punkt genau irgendwie treffen. Wie, weiß ich auch noch nicht. Hopp. Schön gerade fliegen und, 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 und. Ja. Oh Gott! Die Zähne lasse ich jetzt mal außer Acht. Ich brauche sie ja eh nicht. Da. Nein! Mist. Ich hoffe, ich muss nicht alles von vorne machen. So, schön. Weiter rollen. An den Gefahren vorbei, ohne dass man es mitbekommt. Sehr gut. Der goldene Zahn ist mir sowas von scheißegal. Glaubt man gar nicht. Ich meine, ich finde das A nett. Scheiße, ich sehe nichts. Scheiß Kamera. Normal. Scheiß Tante, die Kamera führt. Ich habe ja auch keine Ahnung. Scheiß Tante, die Kamera. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung. Okay. Noch habe ich die... Die... Ah, okay. Nee, ich warte, bis es nochmal gedreht hat. Weil ich möchte da ankommen. Die nehmen wir mit, wenn sie schon mal da sind. So, jetzt hier rauf. Okay, das hat funktioniert. Aha, eine Kanone. Wo muss ich hin? Muss ich in die obere Kanone? Oder muss ich einfach nur... Ich weiß nicht genau. Aber um die... Ach stimmt, das war mit dem Zielen. Hm. Vielleicht muss ich auch die... Ach so. Ah, X. Ja, das ist ja nicht mein X. Ich versuche mal, da die rosa Bande zu treffen. Um dann hoffentlich... Hier zu verenden. Ja, super. Und dann muss ich die andere rosa Bahn treffen. Die da. Die ist auch leichter. Aber nicht getroffen. Ich glaube nicht, dass das so geplant war, aber es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache, nicht wahr? So. So. Hopp. Nein! 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 Nein. Ist es jetzt trotzdem schon frei? Nein, das ist natürlich nicht. Doch ist es. Gut. Ich bin so gut in diesem Spiel. Es verschlägt mir den Atem. Oh, scheiße. So. Ah! Ah! Ach Gott. Ach Gott. Okay. Okay. Geh hoch. Na ja. So nicht. Vielleicht muss ich doch irgendwie... Schaffe ich es, die Kanone anzubisieren? Anzubisieren? Vielleicht. So. Naja, so hat's auch geklappt. Zurück. Okay. So, jetzt muss ich aber definitiv zur Kanone. Und zwar jetzt. Gut. Sehr schön. Und Abbrunnen. Sehr schön. Jetzt Geh da lang. Nein! 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 Geht doch. Okay. So. Es ist mir egal. Ich will nicht alle Zähne. Ich seh nichts. Ich will nicht alle Zähne. Brauch ich gar nicht. Ich muss genau den Anfang der Schräge treffen. Oder? Ne. Hat so funktioniert. Okay. Ach komm, den Kopf nehmen wir mit. Okay. Wo muss ich hin? Gleiches Spiel wie eben. So. Ups. Ja. Okay. Ah, Häuschen. Häuschen. Häuschen! Perfekt. Ich hätte letzte Rose. Ich hätte letzte Rose. Oh, ich hatte so Angst, dass ich den verpasse. Ha! Jetzt geht's mir besser. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. So. Schluck trinken ist immer wichtig. Bis zum nächsten Mal.